Okay, willkommen zurück und... ja, jetzt geht es also gegen den Champ Siegfried. Ist irgendwie eingefallen, warum ich Arcani den Wahlschall geben wollte, wegen Donaldson, weil der mit Garados anfängt. Glaube ich. Egal. Ähm, ja, ich würde mal sagen... Rein da. In seine prächtige Halle. Äh, ich hätte hier speichern sollen. Okay, speichern wir mal. Was soll's denn? Ich bin gespannt, ob das jetzt auf Anhieb klappt, gegen den Champ Siegfried. Das wird ein sehr harter Kampf. Also dann, Siegfried, zeig mal, was du kannst. Let's go! Champ Musik. Jep, genau so wollte ich's. Arcani so schneller als Garados. Mit dem Wahlschall. Aber hat nicht gereicht. Aber zurückschrecken, jawoll! Ja, 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 ja! So läuft das. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Ich kann nicht so tief. Okay. Aerodactyl. Sehr schnell. Trubita, fang mal an mit deinem Eisgezahne. Jetzt ist es praktisch, wenn Trubita agilisiert könnte. 48. Hm, okay. Eiszahn. Oh, das kann da mal zahlen, scheiße. Aber überlebt, das ist wichtig. Aber paralysiert, das ist nicht scheiße. Aber Eiszahn dürfte es eigentlich killen. Vierfach Schwäche und ewiges Eis hab ich drauf. Nein? Oh, Free Sex. Wie geil. Ich lacke hier grad rum, ey. Erst Flinch, dann Freeze. Okay, aber es waren noch erst jetzt 2 von 6. Aber man kann sagen, der Anfang läuft gut. Der Anfang läuft gut. Kann man nicht beschweren. Dragoran. Ich muss Trubita erstmal heilen. Ähm. Ich hoffe, Nocturne dürfte einen Dragoran erstmal abhalten können. Ich will nur in Top Genesung draufschmeißen. 49. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Drachenstoß. Ouch. Ouch. Dragoran. Übertreib mal nicht. Eiszahn. Oh. 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 Das tut weh. Ja Läuft gut Ich bin begeistert Hust Okay Ich hab nur mit Tobita ne Chance So ist das nun mal leider Oh, Alter Ey, das wandert mir alles Leck mich am sonst was Und das ist gerade mal das erste Dragoran Scheiße Das geht doch nicht Ich kann hier nicht 10 Tage lang Pipi-Stalling machen So viel Tränke hab ich nicht Oh Fuck Scheiße Ich kann mal ein Gift-Hieb ansetzen Wenn ich treffen würde Oh, ist überlegt Das ist hart Aber riecht ja nicht so viel Schaden an dem Oh Gott Epischer Kampf Aber Dragoran ist auch ne harte Sau Aber es verfehlt jetzt die ganze Zeit Das kann ich nutzen, um anzugreifen Herr Drachenschuss hat keine so gute Trefferquote Das ist eigentlich ganz toll Ich hoffe, dass er jetzt nicht mit Donner trifft Ne, gut Ich hoffe, Dragoran wird jetzt dadurch besiegt Yo Das erste Dragoran ist besiegt Das erste Was kommt jetzt? Er hat noch zwei Dragorans und einen Glurak Noch ein Sagoran Ich versuche weiter Das andere 49er Überlebt, Robita Überlebe bitte Oh, das war gut Oh, Flinch Scheiße Okay Beleber Boah, wie mies ist das jetzt Jetzt flinche ich auch noch Ah, verfehlt Natürlich jetzt nicht, wenn ich angreife Wenn ich nicht angreife, verfehlt Und wenn ich angreife, verfehlt Das nicht Das ist klar Und ebenso, ich kann auch kein Toxic-Stalling machen Weil die alle fliegen Das heißt, die Toxikenspitzen treffen sie nicht Mann Ah, abgewehrt Okay Nochmal Tobita hochheilen Ah, das ist das Blizzard Dragoran Achso, darum greift es mit Drachenstoß an Es wird schon wieder ab Es hat genau die gleichen Probleme, die ich beim ersten Kampf gegen Melanie hatte Dass nach Dara die ganze Zeit Elbeben ausgewichen ist So, Tobita ist wieder voll Eiszaun Oh, Donnerwelle Ich bin so langsamer Ich hoffe Ich glaube nicht, dass es ein One-Hit wird Glaube ich nicht Ernsthaft nicht Nee, aber Doch ordentlicher Schaden Hyper Beam Au, du hast einen scheiß Spezialangriff Jetzt muss ich die locker aushalten Ja Das war eine Verzweiflungstarte von Dragoran Okay Zweite Dragoran vernichtet Das ist ja schon mal was Noch ein Dragoran und Glurak Jetzt kommt das stärkste Dragoran Jetzt kommt das stärkste Dragoran Vielen Dank.